Herzlich Willkommen zu einem neuen Part. Ich habe ein paar wieder bekommen, ein paar Perlen, 22 an der Stückzahl. Wir werden jetzt ein paar Opfern. Ich weiß nicht, ob eine Sequenz kommt, deshalb habe ich euch einfach mal ein bisschen dazugeholt. Noch eine Opfern. Komm schon. 18, 19 ist er jetzt. 20. Komm schon. Oh Mensch. Passiert immer noch nichts. Ja komm schon. Sieht schon besser aus als gerade eben. Ja. Aber immer noch nichts, ey. Sage mal. Ja, ich habe ja noch ein paar, die ich opfern kann. Na. Immer noch nicht. Ah, jetzt okay. Okay, gut. Und jetzt sollte eigentlich nach meinem Wissen, nach meinem Stand der Dinge, sollten wir jetzt eigentlich die letzte Ebene befahren können. Und dann auch zu dem Mob kommen. Ist ja kein großes, ist ja kein großes, ähm, wo sind die Wolkenstiege? Oh, die ist genau da. Toll. Auf Wiedersehen. Werden wir mal gucken kurz. Bam, 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 bam. Ich glaube, ich fliege noch einen Moment. Auf Wiedersehen. Ich kriege gerade auch diese Himmelskugeln, aber auch die Todeskerzen glücklicherweise. Also, ich habe ein paar schon von davon gesammelt. Wir können auch kurz gucken. Ähm, und zwar Inventar. Ich glaube, Schätze müssten wir dann gehen. Und da müssten wir dann ja irgendwo. Wo sind denn die Todeskerzen? Ich glaube, die heißen so. In Form. Hallo? Lebenskerzen. Lebenskerzen? Ich weiß nicht, Todeskerzen. Okay, sie sind Lebenskerzen. Gut. Oh nein. Schön. Das ist echt dumm. Egal, wir können ja weiterlaufen. Hallo und guten Tschüss. Also jetzt haben wir auch das Ziel unbekannt, aber bevor wir... Oh Gott. Ich dachte gerade jetzt... Gerade, wow. Ich wollte jetzt erstmal nur noch speichern davor, bevor wir das da ansteuern. Mal gucken, was dann passiert. Wir sind recht stark. Also eigentlich dürfte uns gar nichts mehr so großartig passieren. Macht aber auch ganz schön. So. Mal schön speichern. Ja, wenn ich würde sie zwölf immer speichern, speichern, speichern. Habe ich Ziegen gesagt oder zwölf? Aber einfach... Oh Gott. Ich weiß es gar nicht mal mehr. Dumm, die dumm, die dumm. So. Dann wollen wir nämlich gleich mal die neue Ebene betreten. Mal gucken, was da passiert. Dankeschön. Wichtig ist natürlich, dass wir, ich habe so ein bisschen gelesen, ja, verklagt mich. Äh... 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 Und dann werden wir auch jetzt, ähm, das neue Ziel ansteuern. Ziel unbekannt. Okay, bitte. Und dann gucken wir uns mal einfach, was da uns so ein bisschen, äh, ja, was uns da passiert, geschieht. Ich bin auf jeden Fall sehr, ähm, ja, neugierig. Okay. Gut, macht jetzt nicht so einen unheimlichen Schaden. Was passiert jetzt? Uhaha, wie das so aussieht. Ahaha, würdige Gegner seid ihr. Erwache, mein Diener. Okay. So düster gut kann man ja jetzt nämlich nicht, äh, machen. Wir müssen jetzt, äh, Pandemonium angreifen. Und ich werde jetzt mal einmal, Moment, Moment, stopp, 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 das Gambit umstellen an den beiden. Und zwar nur Gegner, ähm, des Gruppenführers, dass sie den nur angreifen, bitte. Zack. Und sie auch. Gegner des Gruppen... So, zack. Das wäre nämlich Blödsinn ansonsten. So. Und wer frei ist. Und sie greift auch nur Pandemonium an. Mal gucken. Ja, doch. Oh, das wird aber dauern. So, zack. Erstmal bannen wir jetzt. Alles. Gott sei Dank so. Juhu. Nicht schlecht. Seht her. Diener. Ja, hallo. Oh. Oh. So, erst mal bannen. Alle beide am besten. So, und jetzt. Charit. Warte mal, wo ist denn? Wo ist denn? Esch? Esch, wo bist du da hinten? Komm mal her. Ja, ja, ja. Komm her. Komm her. Komm her. Auf Wiedersehen, Charit. Oh. Schon wieder ein verloren oder sowas aber auch. Langsam wird das interessant. Erwache, mein Diener. Okay. Uah, nee, war so schlimm. War der schlimm? Weiß ich gar nicht. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Ähm, erst mal schneller. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, also. Warte, er kann aber wand sprechen. So. Fran, du sollst Fenria angreifen. Das ist nicht so ganz tragisch jetzt. Sag mal, ist sie dumm? Ja, das ist jetzt langweilig. Moment, warte mal. So, zack. Düster gott. Ah. Warte mal. Der Streiber von Düster und Float ab. Zuschauer, weibere, weibere. Ja, will ich gar nicht. Ist mir egal. Das ist mir relativ. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, sie zaubert. Erstmal, erst mal alle anderen wegmachen. So, auf Wiedersehen. Und Fran, du kannst bitte ihn an. Hä, warum treffe ich ihn nicht? Na, danke schön. Na. Also, jetzt sind wir alle, äh, sind wir alle erst mal so ein bisschen doof im Kopf. So, wer ist der Erste, der weder kann sie? Medica. Also, ich verstehe ja nicht, warum Fran keinen, ähm, Schaden macht. Ich verstehe es einfach nicht. Und was macht überhaupt nichts mehr? Warum macht er nichts? Ganz kurz ins Gambit gucken. Na, bitteschön, so. Ja, ich bin etwas gerade ein bisschen, ähm, angespanter, ein bisschen ruhiger. So, wieder gut, ne? Wir haben drei Wien mit Fran nicht. Das ist merkwürdig. Sehr merkwürdig. Mal gucken, ob sie da betrifft. Ja, damit trifft sie gut. So. Aber warum hat sie mit, ähm, Dings nicht getroffen? Das bleibt mir ein Rätsel. Wiedersehen, Fenrir. Kann da noch ein drittes Mal zeigen, glaube ich nicht. So, düster Gott. Ab jetzt wird's ernst. Erwache, mein Dina. Ach, der. Ähm. Ja, auf Wiedersehen, Phoenix. Den haben wir schon bekämpft. Das ist doch wieder gut, ne? Quatsch, quatsch, quatsch. Ja, schsch, ganz ruhig. Ist gut. Die haben gar nichts drauf. Okay, gut, dann kann ich mich auch immer schnell hasten. Hi, hi, hi. Und das ist ja auch immer noch ein starker Haushalt. Das temperaturend und Klips sweets. их upp dir ist ja auch immer noch ein bisschen, oh, ja. weil der voter ist mit ihrem Leben aus. Das ist jaобholt. audiences zu sein, wenn Sieライub nehmen, Auся nicht, wenn Sie sehen Sie, Da ist ja auch so schnell, dass das wirdionsrolle, bei der Irlandse. Oh, da sieht also jeder aus. äber noch mal bodies Vielen Dank. 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 Vielen Dank.